hallo liebe angelfreunde der ewald hinter der kamera und meine wenigkeit wir begrüßen euch zu einem neuen video auf big fish media ihr seht es hinter mir wir sind im angelpark zur grafen mühle es ist spätherbst und spätherbst winter und frühling das bedeutet für uns in der grafen mühle hausbootzeit angeln nachts gemütlich vom hausboot mit heizung und so das mögen wir in unserem fortgeschrittenen alter auf große fische auf forellen und der herbst und der winter ist natürlich die topzeit für stand angeln am forellensee und dafür haben wir sowohl heute dabei als auch bei uns im shop denn ihr habt uns in letzter zeit genervt wir haben wohl die aktuell besten köder zum stand angeln am forellensee dabei und zwar die libra lures ich habe es gesagt der nonplus ultra köder am forellensee die massenvernichtungswaffe eben hat sie die massenvernichtungswaffe am forellensee genannt wir haben sie dabei heute zum fischen und auch bei uns im shop haben wir ein dreier set zum absoluten vorteilspreis mit ganz viel zubehör und für alle die libra lust noch nicht kennen wir werden sie gleich erklären jetzt fahren wir erstmal zum hausboot beziehen unser hausboot und für alle leute die auf unserer libra lures hat gewartet haben zum knaller kurs geht schon mal in unseren shop link in der video beschreibung und sichert es euch bevor es weg ist wir sehen uns gleich am wasser dann geht's los mit forellen angeln ich freue mich so leute ich bin am hausboot das wollte ich natürlich noch mal kurz zeigen für alle leute die die hausboote in der grafenmühle noch nicht kennen das komfortable angel package hier an diesem see und ich nehme euch jetzt mal mit wir sind übrigens heute auf hausboot 1 das ist ein ausgewiesen gutes hausboot für das forellen angeln mal gucken ob das geht kommt mit mir mit ich nehme euch mal mit auf das hausboot ihr habt ja diesen steg so und dann sind wir jetzt im bereich vor dem hausboot und ihr seht hier ausreichend platz wo ihr eure rot pots hinstellen könnt draußen sitzen könnt angeln könnt und das ist wirklich schon ja luxus beim angeln ein privat steg direkt am hausboot damit ihr tag und nacht fischen könnt und so richtig gas geben könnt hier ist das hausboot hier gehe ich jetzt einmal kurz rein dann seht ihr auch mal wie das ausgeschaltet ist ewald kann hinterher kommen ich bin dabei bist dabei und ihr seht hier vier betten im hausboot dass der ewald nicht von der tür erschlagen wird fast wurde ich erschlagen es gibt tische es gibt stühle es gibt einen kühlschrank es gibt eine heizung ich habe es gesagt lichtstrom ihr könnt ja problemlos euer handy laden und alles also ihr müsst hier in der grafenmühle wenn ihr so ein hausboot bucht auf keinen komfort verzichten es ist schön trocken es ist warm und das ist genau das was der ewald und ich in der kalten jahreszeit besonders zu schätzen wissen denn so bei minusgraden draußen hocken ich weiß nicht immer schon oft genug das haben wir früher häufig gemacht und mittlerweile wissen wir den luxus der hausboote hier in der grafenmühle auf jeden fall zu schätzen und jetzt habt ihr die hausboote gesehen jetzt können wir unser angelgerät aufs hausboot schaffen und dann mal langsam loslegen denn im winter wird es früh dunkel und wir möchten die zeit jetzt noch hier noch nutzen um alles parat zu kriegen der vorteil von dem hausboot hier ist natürlich mit dem vordach kann man draußen montieren und da hinten ist auch nicht am regnen da draußen nicht nur da hinten sondern auch hier vorne aber und aber was ich noch sagen wenn man sich zu viel zeit lässt und sowas hat man ja auch nicht da stimmt aber die nacht wenn wir und wenn wir drillen müssen ist das vielleicht nicht so schlecht richtig schnur hier nicht gepackt aber du wolltest was sagen gregor ich wollte eigentlich nur gucken wie du dich film wie du hier das gesetzte montierst du hast deinen satz mit aber angefangen ich weiß nicht mehr habe ich vergessen fällt mir vielleicht wieder ein jetzt montier erstmal weiter hier ja ich suche das ende der schnur hier aber ich glaube ich hab's ich höre der regen gleich auf ja hoffentlich so ich habe es schon gesagt wir wollen heute ganz gemütliche nacht stand angeln vom hausboot machen das heißt wir wollen nicht die ganze nacht kurbeln nicht die ganze nacht schleppen nicht die ganze nacht ja wie soll ich sagen auf die pose starren sondern ganz gemütlich auftreiben vom grund auf forellen angeln und für dieses stand angeln ich habe es am anfang auch schon gesagt gibt es im moment wahrscheinlich keinen besseren köder als die sogenannten libra lures dass für alle die sie noch nicht kennen das sind gummiköder und ich war am anfang auch ein bisschen skeptisch wo die auf den markt gekommen sind weil die leute mir erzählt haben dass diese gummiköder von den forellen sogar gefressen werden ich habe es am anfang nicht geglaubt aber ich muss sagen es stimmt und diese gummiköder werden wirklich von den forellen wie eine echte bienenmade oder wie ein wurm oder so gefressen und die haben sich in letzter zeit zu den absoluten fangmaschinen am forellensee entwickelt und wir haben davon jetzt mal oder endlich mal wieder im programm ein dreier set von den libra lures zweimal die larva die sogenannte larva und einmal den fetidivorm also das sind die zwei bekanntesten und fängigsten sorten von den libra lures natürlich im aroma käse denn das käse aroma ist mit abstand das beste am forellensee was es von den libra lures gibt deshalb haben wir alle drei sorten die wir für euch in unserem set haben im aroma käse es gibt also zwei von den lavas 30 35 mm wir haben weiß und pink als farben müssen wir aber ein bisschen mischen gerade so nach verfügbarkeit was ihr da bekommt und den gelben fetidivorm und wie gesagt nach farbe aber ihr bekommt auf jeden fall eine dose fetidivorm zwei mal laven oder zwei mal die lava und alle in den geruchsrichtungen käse link in der video beschreibung aber damit nicht genug denn wir haben dieses dreier set damit ihren echten preisvorteil hat noch mal richtig gepimpt es gibt noch eine menge zubehör dazu und zwar haben wir dabei ein päckchen haken mit extra langem vorfach damit ihr eure auftriebshöhe dann so anpassen können wie es die forellen wollen es gibt dazu zwei zehn gramm grund bleie es gibt noch dazu ein päckchen bleischrote oder ein sortiment bleischrote denn ihr müsst ja irgendwie die auftriebshöhe von den ködern festlegen und das könnt ihr am besten mit einem bleischrot machen was sie aus vorfach knippt davon haben wir ein sortiment dabei und natürlich noch zwei dreifachwirbel könnt ihr ja für die montage hier nutzen oder auch für andere montagen die ihr lustig seid und es gibt noch dabei ein sortiment gummi stopper damit ihr ja auch eure montage besser bauen könnt und das ganze in unserem libra lure vorteils hätte wirklich zu einem günstigen kurs schaut mal rein link in der video beschreibung und jetzt müssen wir mal die köder dran machen und dann will ich endlich mal loslegen mit angeln ewald gregor welchen köder möchtest du haben hier den fetti die wormen gelb hier aus unserem set die larve in weiß oder die larve in pink ich glaube ich nehme die die mich so vorne anlacht und das ist pink ne ja ich wollte ja egal du bist auch das unikorn du bist das unikorn und dann mache ich mir lave weiß drauf den fetti die wormen den gelben den halten wir uns mal in der hinterhand ich mache die larve in weiß drauf und also ich mache jetzt einmal auf boah es stinkt so pervers ich finde nicht pervers es stinkt irgendwie gleichzeitig geil aber es stinkt es stinkt nach guten fängen das ist wirklich so intensives käsearoma stinkt geil aber es stinkt gleichzeitig lasst die dose zu hause nicht auslaufen ich rate es euch das gibt ärger der vorteil natürlich bei diesen bei diesen libra lures ist im vergleich zu teig oder so wenn ihr mit oder mit bienenmade auftreibend auf stand angelt teig löst sich mit der zeit ab bienenmade wird abgefressen mit der zeit von kleinfischen von weiß fischen libra lure der bleibt immer dran den müsst ihr nicht kontrollieren müsst ihr erst ran wenn ein fisch dran wirklich gebissen hat und das finde ich ist auch wirklich ein super vorteil dass man den köder nicht erneuern muss einfach weiter angeln bis der fisch beißt und keine nervigen köder kontrollen eigentlich wollte die montage erklären aber es schüttet krass wie aus eimern machen wir erst mal eine kurze pause glaube ich dass wir eine drehpause machen hier wahnsinn eigentlich sollte es nicht so viel regnen heute ist ja ein richtiger monsoon hier können wir froh sein dass wir hier nicht nach draußen stehen müssen die regenpause hat jetzt eingesetzt heißt zeit für die montage erklärung bevor die routen dann ausgeworfen werden gregor hat in der zwischenzeit fleißig den rott pot aufgebaut und dann hier schon hingestellt so montage simpel wie sie ist geht es eigentlich nicht das ist eine simple grund montage aus den bestandteilen ja aus dem set halten und man kann halt sehen das tröpfchen blei mit dem stopper und dem wirbel dann hier den ja das schrotblei damit kann man ja die auftriebshöhe des köders bestimmen genau welche höhe hast du jetzt gemacht habe ich habe mich ja natürlich wir sind hier wo wir angekommen sind haben wir eine runde gedreht dann haben wir ein bisschen umgehört leute haben so gesagt ja meter 50 das habe ich mit 50 auftreiben genau das habe ich dann hier auch ja versucht ungefähr umzusetzen rego will ja ein bisschen ich mache so 80 zentimeter na gut da musst du jetzt noch deine deine pink lady da drauf machen also einfacher geht die beköderung nicht also noch einfacher als ein taube kann man das ding nicht beködern ich lege das ich würde mir in die hosentasche packen aber dann ist die ganze jacke versaut und stinkt ich glaube dann kriege ich auch die scheidungspapiere eingereicht so gregor ja ich habe den köder hier ja ich mache das jetzt einfach wie wie so eine bienenmade steige ich hier durch das köpfchen zieht das ding auf wie so ein gummifisch so man kann das ganze auch bisschen aufs vorfach schieben oder so ein bisschen aber man muss da keine wilden experimenten machen oder so so ganze haken schenkel ist versteckt also auch mit dem knoten und sowas einzige was rausguckt ist halt ja die haken spitze damit er gut haken kann genau und ansonsten geht das ganze jetzt auf gewässer grund so ist es ich weiß sollte ganz weit raus dass ich heute aus rego will wahrscheinlich nachfischen ja ich fische eher am steg ein bisschen du willst ja immer so bisschen gegensätzlich von mir angeln ja ja damit wir gucken wie es läuft ich komme mal mit mit der kamera kommt man mit oder mach mal so krieger erster wurf nummer eins ja weg los das schmeißt aber weit war meinst du da stehen die fische ja ich habe jetzt abgestoppt bevor vom eintreffen damit sich das ganze schön streckt und so so jetzt kann man nur noch warten und hoffen dass ein fisch geht also eine forelle ich hoffe ich kriege so eine richtige fette forelle das wäre schön hast du schon bist oder was ich bin noch ein bisschen am spannen oder werde ich jetzt gleich meine route aus genau ich filme ich dabei freue mich kannst du dich auch die sonne ist ein bisschen rausgekommen time to shine sprich wirklich mühe also ich mache die weiße larve hier den weißen libra nur mache ich drauf mein gott schenkt doch nicht so schnell hin und er ist wirklich krass mit diesem käse flavor aber das ist ja das gute und ganz einfach wie du ich glaube ich mache es noch sind gleich stecht das hier oben einfach rein aber gar nicht viel aufhebens machen so dann kommt das hier in der mitte raus sich das noch ein bisschen auf vorfach drauf ja also wie ich so wie du das gesagt hast jetzt liegt das ganze hier also man könnte damit jetzt sogar ja tremarella fischen aber das will ich ja nicht es reicht ja ganz normal das auftreiben zu lassen ihr könnt es mir wirklich glauben ich konnte es nicht glauben aber die fische fressen diesen gummi köder wirklich schlucken den richtig runter und ansonsten ich habe jetzt hier so würde ich sagen 80 zentimeter auftriebshöhe hier ist mein bleischrot und mein tipp an euch wenn ihr eure montage baut macht das bleischrot nicht ganz fest habe ich auch nicht genau sondern so dass ihr es wirklich mal hin und her schieben könnt weil dann könnte auch die auftriebshöhe ein bisschen variieren denn wenn gerade wenn die forellen weiß faul sind die schwimmen dann nicht großartig hin und her sondern die fressen nur auf der tiefe die sie auch gerade wollen und dann müsst ihr mal ein bisschen experimentieren wenn es nicht weiß experimentiert mit der auftriebshöhe und dann findet ihr irgendwann die höhe wenn die forellen auf fressen jetzt darf ich auswerfen die walten viel spaß dabei du wirfst ja so hast ja soweit geworfen du machst wahrscheinlich ja sonst ja ich mache hier so richtung besatzsteg und gar nicht so weit raus fand ich ins wasser nee nee genau hier hin da vorne so da lass ich da ist auch schon tief genug keine sorge da wird schon so zwei meter tief sein denke ich aber die forellen ziehen hier auch an den hausboten entlang und deshalb sollte man nicht beide ruten wie der ewald rausfeuern sondern einmal eine einmal probieren einmal eine raus wie der ewald sagt einmal raus eine weit eine und eine hier vorne kurz und dann kann man auch ein bisschen was ausprobieren und findet dann auch raus wo die fische sich aufhalten ich mache jetzt mal die bremse ganz auf ich weiß jetzt nicht ob ich meine bis anzeigeringe dabei habe muss ich noch mal suchen aber wenn ich sie finde dann hänge ich sie noch rein ansonsten bremse immer schön weit aufmachen ganz wichtig damit der fisch auch schnur abziehen kann also sie ist jetzt wirklich sehr leicht eingestellt bis anzeige anmachen kannst du bei mir auch trägt auch noch das mache ich natürlich gerne dankeschön mein lieber damit das jetzt noch ein bisschen schöner aussieht ziehe ich meine gute noch ein bisschen nach vorne mensch hauge fischt mit hauge fischt mit ihr hört der bis anzeige hat schon gepiepst und das ist schon der ganze zauber eigentlich jetzt kann das stand angeln hier losgehen wir können uns wenn es wieder regnen sollte gemütlich in die bude zurückziehen und ja das mag ich ja wenn ihr meine forellen filme kennt ich angeln am liebsten auf stand und das werden wir heute durchziehen ich bin gespannt was geht die fallen sind scharf jetzt können wir warten was los willst du nach hause ja nein quatsch der vorteil hier in der graftmühle ist also in verbindung mit einem hausboot ist dass man hier kostenlos duschen kann genau das ist mit dabei das werde ich heute nutzen ich möchte mal duschen im angelpark habe ich noch nie gemacht ja ich denke man das bietet sich gut an ja kannst du mal aber eins sage ich dir weil ich komme nicht mit dir mit der kamera mit und habe ich auch nicht von dir erwartet dass das wollen wir den leuten ersparen deshalb würde ich sagen du gehst jetzt mal schön duschen ersparen von den komplexen die sie dann haben danach so ja oder trauma oder so egal egal weil du gehst jetzt mal duschen ich halte die stellung vielleicht weiß 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 ja einer gut spaß ich wünsche dir was danke dir auch mein lieber kannst und ebert hast du gut geduscht ja schön ausgiebig und heiß heiß duschen beim angeln was gibt es besseres ja ich muss sagen ein fisch habe ich bisher leider nicht gefangen es ist jetzt schon dunkel aber ich habe gemütlich immer im schlafsack gelegen und die zeit so überbrückt und jetzt komme ich mal zu dem thema ja was ja beim forellen angeln auch immer wichtig ist es geht ja auch immer um fischverwertung denn man möchte den fischer nicht nur fangen sondern auch lecker essen da gibt es verschiedene möglichkeiten und ihr müsst natürlich wenn ihr einen fisch gefangen habt ihn auch gut ausnehmen oder filetieren und sowas und zum thema fischverwertung da haben wir auch etwas interessantes bei uns im shop und zwar ist das das hier das ist nämlich unser spezielles ausnehmen messer sieht vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus ist aber ja ein multi tool fürs ausnehmen von fischen damit könnt ihr den aufschneiden und dann die den bauch aufschneiden und das alles rausholen und das hier ist ein ein fischschuppe also ihr habt hier ein messer zum ausnehmen und ein fischschuppe integriert in einem tool und dazu haben wir noch eine gräten zange aus edelstahl denn wenn ihr euch ein filet schneidet von der lachsforelle kennt ihr ja dann müsst ihr immer noch die gräten bisschen raus tupfen das habe ich sonst immer mit der kombi zange gemacht das jetzt aber ist jetzt nicht mehr nötig mit der zange denn wir haben eine gräten zange dabei und es gibt noch einen haken wo ihr dann euer messer hier so ganz schön zu hause an der wand dekorativ aus aufhängen könnt und das ganze set haben wir auch bei uns im shop wenn wir heute nacht einen fisch fangen dann zeige ich euch morgen noch mal wie das funktioniert und bis dahin könnt ihr das ausnehmen messer set wirklich auch zu einem günstigen kurs wie ihr das bei uns gewohnt seid von absolut angeln könnt ihr das mal in unserem shop auschecken und link dazu auch in der video beschreibung und ich hoffe dass ich das dann hier morgen auch mal zum einsatz bringen kann so eine schöne lachsforelle oder goldforelle das wärs doch ewald ja ich hätte nichts dagegen du willst ja immer eher die kleinen haben hier in der grafenmühle gibt es häufiger größere lachsforellen das mag ich ja lieber so schön im backofen beizen und so das ist meins und dafür ist das ding da ich habe es mit und ich hoffe dass ich es euch zeigen kann jetzt machen wir uns erst mal gemütlich und hoffen dass hier nachher was gehen wird hallo liebe leute mitten in der nacht bis hier eben hat die rute umgelegt gehabt habe ich auch jetzt mal nah ans hausboot ich glaube der ist mir unter das hausboot gezogen aber jetzt macht er nichts mehr da muss man kontakt aufnehmen ich denke ja und hängt hängt was ja oh ja eine feuerle die erste forelle die erste forelle verhaftet ich habe hier richtig fressen lassen ja ja unbewusst und ja hast recht gehabt dass sie die fressen wie normalen ja ich guck mal guck mal ob man rein filmen kann in den kescher sieht man jetzt nicht da machen wir erst mal den fisch parat genau super so da ist die erste forelle keine große aber man kann sehen hier da ist der köder richtig gefressen den pinkfarbenen libra lur tja also kann es losgehen kann es losgehen mal gucken ob die größe noch steigbar ist ja das wäre natürlich nicht schlecht aber der erste fisch ist verhaftet köder ist jetzt raus aus dem fisch vielleicht kann man ja sehen hier köder ist auch intakt ne muss man mal neu auf dem haken machen muss jetzt noch mal neu bisschen richten bisschen hier frisch aufziehen und sowas und dann kann das ganze wieder raus aber das schöne ist jetzt wenn man jetzt eine made hätte oder teig müsste man ganz neu machen ganz neu kneten hier ist einfach nur mal kurz korrigieren und dann weiter angeln so kann es immer wieder raus pink hat es gebracht käse hat es gebracht wieder raus damit stinkt auch nach gräse noch so wieder nach hausbot mache ich das ganze bist ein bisschen weg von dem weiten ich habe es getestet habe ich ja gesagt man muss das testen und wenn es dann nicht klappt dann muss man was anderes ausprobieren und da muss erst mal entheddern glaube ich genau ein bisschen ist nicht viel so ich werde das ganze wieder nah ans hausboot legen nämlich gleich die rute und so ich glaube ich habe das jetzt ja aber das jetzt auch hoch das war jetzt die die hoch aufgetrieben ist ja 1 meter 50 1 meter 50 hoch aufgetrieben ich hatte jetzt gar nichts aber ich bin ja auch wie gesagt nur 80 cm ja vielleicht muss ich das mal ändern macht das hier dass ich direkt hier runter lasse direkt am steg jetzt ja sie ist ganz ruhig also ich liege noch ein bisschen weiter weg aber jetzt wird es mit dem steg so richtig wissen würde ich wissen so das ganze liegt das gefällt mir und noch ablegen bremse nicht vergessen habe ich schon alter habe ich doch schon alles gemacht ja sehr gut sehr gut kann ja nichts mehr schief geben leute ewald hat hier eine halbe ewigkeit gebraucht nach dem wissen dass ich das mikro anhatte und er aus dem bett war oder umgekehrt oder es hat mich auch schon wieder und das hausboot gegangen die schuhe die waren ja ja die schuhe sehr fällig also ist glaube ich kein kleiner fühlt sich schwer an ja bei den nachbarn piept ist auch und hier zieht jetzt richtig also es ist ja keine ganz leichte gute hier und die ist echt krumm da kommt er hoch da 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 jetzt wieder ich bin hier fast eine schöne forelle das ist eine schöne verletzt kinder du bist ein richtiger ja 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 ich muss mal ein bisschen aufmachen ich habe es auch gesonst du hast ja auch so eine neue angewohnheit da die wäre mit der mit der mit den fingern die bremse ich will nicht verlieren das ist der größte fisch bisher da dagegen war deine richtig klein klein sind auch gut jetzt geht er raus ne ganze zeit unter dem hausboot jetzt kommt er wieder hoch jetzt geht er wieder runter und geht hier lang wo 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 muss mitgehen. Renn mir nicht den Rottpott um hier. Entschuldigung. Mensch, Kinder. Rennt er mir hier noch den Rottpott um. Oh ja, oh ja. Oh ja. Ich krieg das leider nicht eingefangen. Jetzt kommt es wieder da hinten hoch. Ich versuche es jetzt mal schnell abzuschöpfen. Ui, 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 ui. Wie eine Teigtasche. Gregor. Scheiße, mich gekriegt. Mit der langen Rute. Wie ein Klappflieger. Ich muss ein bisschen mehr Schnur ziehen. Rennst du mich den Rottpott in die Parade. So, jetzt kriege ich ihn aber. Das schaffst du. Das schaffe ich. Jawohl. Oh gut, jetzt macht dem Kescher noch einen Alarm. Und ihr seht, der Kescher, der ist gut gefüllt. Ja, warte doch mal. Guck mal hier rein. Das ist eine fette. Hast du ein paar Blätter gefangen, Alter. Blätter und eine fette Forelle. Geil. Petri Heil. Auf weißem Libralur. Das sieht man nicht. Mit Käse. Ne, klar, der hat der wahrscheinlich auch tief geschluckt. Gucken wir mal. Ja, ihr könnt es vergessen. So, ich habe den Köder jetzt hier schon rausgeholt. Der saß auch tief. Ihr seht, der ist ein bisschen verrutscht jetzt hier. Muss ich noch einmal neu aufziehen. Neu richten. Aber dann kann ich auch weiterfischen damit. Also ist jetzt nicht eingerissen großartig oder so. Und riecht auch noch nach Käse. Und jetzt zeige ich euch auch noch mal den Fisch hier, den ich gefangen habe. So, da ist die Lachsforelle. Da kann man schon ordentliche Lachsforelle zu sagen. Ja, kann man nicht motzen. Ja, auf weißem Libralur. Schön beim gemütlichen Standangeln in der Nacht. Das mag ich. Ebert hat lange gebraucht. Muss ich dich ein bisschen kritisieren. Aber dann ist er gekommen. Ja, dann ist er gekommen. Das hat ewig gedauert. Ja. Das muss besser werden, mein Lieber. Ja, passt schon. Die Larva ist neu gerichtet. Werfe ich jetzt wieder aus hier. Bisschen weiter weg. Jetzt hat natürlich auch die etwas tiefer stehende Rute, weil der Trieb treibt ja nur so 80 Zentimeter auf. Hat jetzt auch Fisch gebracht. Vielleicht sind die Fische jetzt ein bisschen tiefer gegangen. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Irgendwann deine Rute müssen wir auch noch mal raustun. Jetzt hatten wir ja gerade eben rausgeholt wegen dem ganzen Drillkram. Rottpott hast du wieder gerichtet. Ja, ja, den du mir hier fast ins Wasser geschmissen hast. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, Gott sei Dank. Das wäre sonst teuer geworden für dich. Ach, er hätte es den Auge zugedrückt. Nee, nee. Ich habe bei dir schon so viele Augen zugedrückt. So viele Hühneraugen kann ich gar nicht haben, wie ich bei dir schon zugedrückt habe. Ach ja. Leute, wir sind wieder im Hausboot. Schön warm. Die Ruten liegen draußen wieder. Und Gregor war sehr durstig, hat die Flasche leer getrunken da. Die hier? Ja, die habe ich leer getrunken. Das stimmt. Und ich freue mich natürlich. Jetzt hat der Eber mich total aus dem Konzept gebracht. Denn ich freue mich, dass wir jetzt morgen unser Ausnahmesser hier mal zum Einsatz bringen können für die zwei Fische, die wir schon gefangen haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also da freue ich mich schon drauf, euch das mal demonstrieren zu können. Jetzt legen wir uns erst mal ab. Und Eberle ist bestimmt wieder schnell eingeschlafen, so eine Penn-Marie, wie das ist. Ach ja. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja noch Zeit. Es wird ja noch lange nicht hell. Vielleicht geht ja noch einer. Aber wir haben schon gut gefangen. So kann es weitergehen. Liebe Leute, der Gregor hat euch was zu beichten. Ja, ich muss schweren Herzens mit schlechtem Gewissen eingestehen. Ich habe ja gerade eben, als ich meine schöne Lachsforelle gefangen habe, mit dem Ewald gemotzt, weil der verpennt hat. Ja, nicht verpennt. Ich habe zu lange gebraucht. Ja, und jetzt ist mir das Gleiche passiert. Ja, was für ein Malheur. Ein richtiges Malheur. Das ist, wenn man die Klappe so weit aufreißt. Ich habe einen Fisch gefangen. Er hat einen Fisch gefangen und es war einen schönen. Und ich habe es erst so richtig realisiert, als der Fisch schon so gut wie im Kescher war. Deshalb muss ich hier Mea Culpa, die Schuld auf mich nehmen. Ja, du kannst jetzt die Kamera halten. Ich kann jetzt wenigstens einmal die Kamera halten und dann kannst du mal deine schöne Lachsforelle hier zeigen. Genau, machen wir so. So, da ist die fette Lachsforelle. Dickes Petri, mein Lieber. Ja, dickes Dank, mein Lieber. Ja, habe ich gut verpennt, den Fisch. Schöne schlanke Lachsforelle und so. Perfekte Größe für den Ofen. Ich würde sagen, so wie die anderen. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner, ja. Aber damit gebe ich mich zufrieden. Du weißt ja, keinen habe ich lieber. Ja, aber das ist jetzt keine kleine Portionsforelle. Auf keinen Fall. Natürlich nicht. Aber wunderbar. Ja, wunderbar. Auf pink. Pink. Ich werde satt, das ist die Hauptsache. So, liebe Leute, die Nacht ist rum. Ich habe noch eine Portionsforelle gehabt, aber da habe ich einen Ewald jetzt nicht. Bemüht, da muss der nicht für aufstehen. Ja, geil. Also, wir haben ganz gut gefangen mit unseren Libralours, wie eigentlich immer, weil das wirklich ein super Köder ist. Die Fatty D-Worms haben wir uns in der Hinterhand gehalten, haben wir heute Nacht nicht gefischt. Wir haben alles auf die Lavas gefangen, in weiß und in pink und mit Käse natürlich, das beste Flavor. Und ja, wie immer wirklich sehr erfolgreich. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben das Set zum absoluten Vorteilspreis mit dem ganzen Zubehör bei uns im Shop drin. Da könnt ihr mal drauf gehen. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr das bei euch beim Angelladen aber kaufen möchtet und der hat das nicht, der kann Libralours über Paladin bestellen. Also Paladin, Firma Paladin beliefert den Fachhandel mit Libralours. Und da kann euer Fachhändler sie dann für euch besorgen, damit ihr damit fischen könnt. Und ich würde sagen, im nächsten Schritt kann ich jetzt nochmal unser Ausnehmesser zum Einsatz bringen. Wir packen jetzt hier erstmal alles soweit schon mal zusammen. Und dann werde ich euch nochmal zeigen, wie unser Ausnehmesser funktioniert, hinten am Schlachtplatz in der Grafenmühle. Denn das ist das Schöne. Hier könnt ihr auch eure Fische ausnehmen, müsst ihr nicht mit nach Hause nehmen und da die Küche dreckig machen. Das geht hier am Schlachtplatz und das mache ich gleich noch. Jetzt bin ich hier am Schlachtplatz in der Grafenmühle. Und ihr seht es hier, Schlachtplatz mit fließend Wasser. Ich habe hier eine von den größeren Lachsforellen und das Ausnehmesser bei uns aus dem Shop. Übrigens, ich habe es gesagt, es ist günstig, aber das ganze Set mit der Gretenzange und dem Halter gibt es für unter den Zehner. Die Zange brauchen wir heute nicht, weil ich möchte den Fisch nicht filetieren, sondern nur ausnehmen. Und deshalb nur das Messer hier heute. So, dann werde ich das einmal hier aufschneiden. Da unten ist diese scharfe Klinge, damit könnt ihr hier die durchschneiden. Einmal die Kiemen, ich mache es immer zweimal. Also bei so einem größeren Fisch ein bisschen schwieriger. So, und dann kann ich hier hinten mit dem Messer einfach reingehen und schneide den Fisch einfach problemlos auf. So, jetzt kann ich das Messer aus der Hand legen. Ich klappe den Fisch jetzt gleich auf, hole die ganzen Gedärme raus. Und dann zeige ich euch nochmal, wofür hier dieses Teil dabei, also dieses geriffelte Oberteil dafür da ist. Denn das hat eigentlich zwei Funktionen. So, ich habe jetzt die Gedärme oder die Innereien größtenteils entfernt. Und jetzt mein Messer hier, das geriffelte hier, das kann man entweder als Fischschuppe benutzen oder auch um diese Niere hier rauszuholen. Das mache ich jetzt mal. Zeige ich euch nochmal ganz fix. Hier das aufschneiden. Und dann kann ich mit diesem Profil hier schön die Niere rauskratzen. Mache jetzt gleich nochmal ein bisschen Wasser an. Habe ich jetzt ohne Wasser gemacht, damit es kein Störgeräusch gibt. Und dann seht ihr, könnt ihr hier richtig schön die ganzen Reste rauskratzen. Und habt nachher ein schön sauberen Fisch, den ihr gut in der Küche verwerten könnt. Der Fisch ist jetzt größtenteils hier sauber mit dem Messer und ein bisschen Arbeitskraft. Hier so ein paar kleine, wie soll ich sagen, kosmetische Sachen muss ich noch vornehmen, damit es richtig gut aussieht. Aber diese Lachsforelle ist jetzt bereit, größtenteils für den Einsatz in der Küche. Jetzt mache ich noch die anderen paar Fischchen fertig, die wir haben. Und dann zeige ich euch noch zum Abschluss ein weiteres Highlight hier in der Grafenmühle. So liebe Leute, zum Abschluss gibt es nochmal ein richtiges Highlight hier in der Grafenmühle. Denn für alle Hausbootgäste hier gibt es morgens ein richtig geiles Frühstücksbuffet. Ewald kann mal draufschwenken. Ihr seht es mit Brötchen, Ei, verschiedenen Wurst- und Käsesorten, Butter, was Gesundem auch. Und natürlich auch Kaffee und Tee, für alle, die es wollen. Und das ist was, worauf man sich hier in der Grafenmühle immer besonders freuen kann, auf das leckere Frühstücksbuffet. Und ich würde sagen, das werden wir uns jetzt gleich mal schmecken lassen und machen uns danach auf den Nachhauseweg. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit unserem Video. Wir wünschen euch viel Spaß am Wasser und natürlich viel Petri Heil. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.